So, das ist jetzt ein Downwinder von der Lagoa Azul in die Lagoa Paraíso, in der Nähe von Cherry Conquara. Downwind macht der Uli, der Taiga und der Chris. Dann ist es hier in der Hachatung. Hier in der Francho? Ja. Dann ist es ein bisschen. Okay. Hehehe. Die Windrichtung kann es nicht. Ja, ziemlich ruppig. Ziemlich ruppig ist. Windstärken haben wir zwischen 16 und 25 Knoten. Da sind die Windrichtung. Da ist ja ganz weiss. inquisitiert. Und da ist ja ganz weiss. Dann macht er hier. Da ist ja 16, 17 Jahren. Da ist die Windrichtung. Auf hotscheid da soll das mal. Da ist ja 20. Da ist ja 60. Da ist ja 20,ann Untertitelung. BR 2018